Musik 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 Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Ja, es hat anscheinend ein Update gegeben, so wurde mir zumindest gesagt, als ich hier reinkam. Aber lassen wir uns überraschen. Marie, wie sieht's aus? Marie, du musst noch eine Biografie schreiben. Meinst du, du kriegst das hin? Ja, eine Biografie. So ein Fakt. Okay, pass auf. Ähm. Oma Raymans weit, was? Welterschütternden Keksen. Ja, mach mal. Der bleibt immer über Nacht. Oh, da geht noch mehr. Das rosane Ding ist fast voll hier. Oh, da geht noch mehr. Warum die sich nicht an den Esstisch setzen, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, warum dieser Laptop da rumliegt. Oh Mann, was können wir denn machen? Na, täschte Mächterfragen. Okay. Mal schneller machen, sonst braucht die immer ewig für ihr Buch. Wenn ich mir das Geld da unten angucke, das meiste davon hat Marie rangeschleppt. Aha. Konzert Virtuosin. 340 befördert. Na guck mal. 132 mehr pro Stunde. Wow. Wow. Stundenlohn von insgesamt 340 pro Stunde. Okay. Ja, Leute, so kann es weitergehen. Ne, wir werden Marie aber nicht in die Urne schicken. Also, die kommt erst, wenn sie freiwillig dahin scheidet. So, sie hat das Buch geschrieben. Dann können wir das grundsätzlich zur Abnahme schicken und wetten, die haben wieder was zu meckern. Abgenommen. Alter. Wir haben eine Biografie von Marie einfach so abgenommen. Wo weißt du, was du jetzt machst, Schätzelein? Du... machst einen Ausdauerlauf. Langsam verlierst du nämlich wieder ein paar von deinen Kilos. Zwar immer noch ein sexy Hintern, aber... so sieht´s aus. So sieht´s aus. Möchtest du, Möchtest du... Töne... 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 Was? Was für komische Geräusche neuerdings. Am freien Tag Geld gekriegt, aber die kriegt nicht viel, die kriegt sehr wenig. Aber müde ist sie. An dieser Stelle übrigens, wie immer, Däumchen während, Träumchen, Abo noch viel schöner, klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt und ihr dürft natürlich auch meinem Twitch-Kanal folgen. Alte Sch... Marvin. Er ist doch Marvin, oder? Ey, du da, bleib mal stehen, wo willst du hin? Kühlschrank ist kaputt. Kühlschrank ist kaputt. Kühlschrank ist kaputt. Kühlschrank ist kaputt. Voller Zuversicht wegen Merkmal selbstsicher. Selbstsichere Sims sind häufig zuversichtlich. Ah ja. Hm. Da weiß man nicht, was noch passiert. Irgendwer könnte echt mal wieder das Bad putzen. Kannst du dein Zeugs eigentlich nicht wieder in die Küche bringen? Leergefressen und jetzt wird sie hingehen. Du brauchst gar nicht so blöd grinsen. All right. Hm. Ah! Oh! Ah! Hey! Oh! Oh! Und hier?! Oh! Oh! Ah! Hey! Oh! Das ist ein Lina-Pandas. richtig eine vollgesiffte toilette fragt nach einem Techtelmächtel wollen ein Techtelmächtel gespannt, wann haben sie denn ihr erstes Mal guck mal, da oben ist beides er putzt putzt bei uns die Hütte kann kein Techtelmächtel machen Marie kocht oh 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 yeah oh 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 Marie und Lena haben sich aus den Augen verloren. Uns sind nun keine besten Freunde mehr. Warum? Hä? Lena und Marie. Doch gerade beste Freunde geworden. Was soll denn das? Man muss das Spiel nicht verstehen. Manchmal. Komm, wir gehen rumschmusen. Komm. Komm, wir gehen rumschmusen. Komm. Zack, zack. Warum in dem Bett? Doch, hier ist überall was los. Nooch! Nooch! Hätt schon immer gequietscht. Du einsam. Warum ist sie einsam? Ich bin leid, Kleiner. Oh, 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 oh. Ja, aber liebe Leute, wir sind am Ende der Folge angekommen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und sagt bis dahin erstmal. Ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi. Bis dahin.